ein wunderschönen jahr willkommen zu level 9 wenn ihr mal gespawnt wie das level wird bei mir klingt ja nur noch das level im kopf mit die beiden schalten wo wir dann mal ganz kurz ganze in vanilladoom gestartet haben und gucken wir das ganze überhaupt funktioniert also in crispy doom klar aber ist ja quasi die vanilladoom so ach ja zwei daten wo wir gleich im secret starten ha lol ähm oh wo denn Oh! Boah! Boah! Da kann man jetzt den Zude hinher. Toten und Toten. War's das? Okay. Oh, man. Oh. 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 Oh, 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 oh. jetzt so kommt die noch kommen die alle her wollen die biefe oder was wusste er jetzt die volle biebler sein boah alter wird mich überall hängen jetzt lebt er schon wieder ja komm du du und ich wir regeln das jetzt gemeinsam geht doch so hallo man nein die vier verdammt ha 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 alter schwede das ist ja das ist ja auch gerade echt ein bisschen noch so so damm für das erste Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das ist hier eine richtige Rennstrecke. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will den Minigun haben. Das war's für heute. 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 Weil wir schauen wär mal die falsche Seite. Hier gab's nichts. Gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ähm. Ich glaube hier soll ich nicht hin. nein wahrscheinlich nicht okay wo muss ich dann also ich weiß ich habe es gesehen dass da war eine blaue karte da sieht ihr wie das mit blaue also blau skull die frage ist wie komme ich dahin so schon mal nicht da scheint wohl auf dem gang zu sein da ist noch was die frage ist wie komme ich dahin leck mich doch am arsch doch da so müssen wir dann auch funktionieren jawohl so was gibt es hier doppel shotgun haben wir aber schon ja schon okay so dann haben wir jetzt den blauen schlüssel dann können wir jetzt noch mal nach da oben boah digger was hast du denn für ein gesicht alter sieht das geil aus nice das sieht wie so ein gemisch aus dem kacko die man unten im drachen aus kommt dass die mich immer noch erwischen ich glaubt das nicht das sieht so geil aus was auch immer das wahrstellen soll also das ist die nase also ist das hier wahrscheinlich im mund sieht echt aus wie so ein drache weil hier sind auch so diese ohren scheinen so extrem groß zu sein keine ahnung aber sieht aus wie so ein drache oh mein gott man möchte mich ja was oh mein gott ich bin hier was oh mein gott von wo ach von der händen ja lol ist er tot oder oder hat er sich gerade weg teleportiert das sah gerade so aus als wenn ich da was weg oder hin teleportiert hätte halt da ich hatte schon wieder so eine teleporter mit oder was immer dann nicht speichern sondern mal lieber hier speichern ich hoffe dass der schussbar so ach dieses jungen auf und zu ist hier auch eine erne rote hier ist noch eine gelbe tür hat ein richtiges schloss gefällt mir ach so eins von ein secrets also gibt es wahrscheinlich keine weiteren secrets weiter habe ich erst gar nicht gesehen oh mein gott erst mal ja alles sichern was alter leute seid ihr eigentlich noch bekloppt oder wie geht es noch alter was ist hier alles los ey war das gerade so ein sound von so wieder auferstehung ist hier irgendwo so ein fucking arschweil alter ich trete euch gleich alle in den arsch und zwar gepflegt das gibt es doch gar nicht er wäre irgendwo ein arschweil rum alter dann haue ich aber hier einmal um mich so es scheint als bist du mir als nächstes hier lang oh mein gott mehrere okay fängt mal hier na komm her bist kaputt da lockt mal schneller hier ich weiß treppen schon wieder noch einer hier fliegt aber wohl nicht genug kann das sein wo denn wo denn naja komm mal her naja komm mal her naja komm mal her naja da benutzen sie alle wow eigentlich gibt es hier so viel shotgun munition ich glaube die haben wir auch gebrauchen ich glaube die haben wir auch gebrauchen komm doch mal unter uns doch einer ich höre ihn doch ich habe schon so viele alter ja kann sich hier echt nirgendwo sicher fühlen oh mein gott das erinnert mich grad an hexen das ist ja auch gleich im ersten level so ein ding das ist allerdings die rechte tür da muss man durch um den ersten schlüssel quasi zu finden ja komm ich habe es doch gerade gesehen naaa oh ich habe es nicht wie gesagt ich gehe halt nicht sterben ok 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 stop das ist keine falle ok ähm was auch immer das war ist halt nicht gesund oh na komm wow wow war doch klar will noch jemand was gott sechs türen die wollten doch verarschen also mal speichern also ich muss sagen die map gefällt mir echt gut komm her ja top an mädchen danke so zwei art schweil natürlich schützt der eine den anderen heißt also ich kann sie nicht direkt konfrontieren konfrontieren ich muss sie also wohl oder übel hiermit erledigen dann schieße ich dann schieße ich noch mal ja ich darf natürlich wieder nicht vergessen dass ich hier nicht so nah an der wand stehen darf ach gott alter da so den könnte ich jetzt eigentlich direkt erledigen nein warum geht doch so den rucksack nehme ich noch nicht mit weil ich bin gerade was mit ihren angeht relativ voll das rote ist ganz cool weil das rote erhält so ein bisschen die umgebung und kann gar nicht rein okay ich habe das ist wie bei der einwert von 22 wo man da reinkommt und dann immer gleich eine impfz die man immer so schön kann okay ist noch nicht offen habe ich etwas vergessen zu aktivieren oder kommt da nichts mehr doch das wird das ding roh ich definitiv nicht also hier merken hier ist noch ein bisschen was an munition und ja ganz geil auch wenn ich so die befürchtung habe dass wir hier wieder hin kommen ach ich jetzt noch schluck auf hier was wollte er einfach geht's hallo der falsche waffe schon wieder muss ich hier runter oder kann ich hier normalerweise kann ich nicht runter wollte ich weiß nicht zum eternal ist das bild oder ist da da ist jemand ich sehe da wo jemanden denkt mir so hey okay geile textur geile wand hat man vor allem er hätte uns die ganze zeit sehen müssen hat aber überhaupt nicht auf uns reagiert der wurde komplett passiv ja ich meine geschlechtsverkehr ist ja ganz coolen passiven partner zu haben kann man sich so austoben aber ansonsten nicht so so da war noch gut von ihm darum da kriege ich nie im leben eine handgranate reingeworfen schade war gerade schon so aus als wenn ich es reingeschafft hätte na gut das heißt da komme ich wahrscheinlich so erstmal nicht drauf da komme ich wahrscheinlich von da hinten irgendwo auf ich gehe also einfach mal wieder zurück und auch wenn das was das richtig ist und wir nichts vergessen haben aber wir müssen das vergessen haben ich habe immer noch nur den blauen key wir müssen doch irgendeinen key bekommen weil ansonsten kommen wir hier nicht weiter wo bin ich jetzt überhaupt was ist denn der ausgang hat sich jetzt irgendwas getan oder so doch da hat sich was getan hat sich einfach mal so ein kleiner raum geöffnet ohne dass irgendwas dahinter steckt da mal hier muss doch gerade hier muss doch jetzt irgendwas hier passieren nochmal hallo doch viel unten rein wir haben nur den blauen key wir können also nichts machen also müssen wir da rein alles andere bringt ja nichts ja der tritt ist auch noch eine tür sag ich doch seht ihr wenn man hier davor steht so und jetzt guck mal wo ich gerade davor steht da ist so eine weiße linie das heißt also das die geht auch noch auf ich habe zwar keinen plan wie aber es muss irgendwie aufgehen irgendwas ein bisschen übersehen haben und ich wüsste echt gerne was das ist da mal ne hier sieht nicht noch ach momentchen mal hier alter schwede das war ja mal wieder hier in der suche aktion ok schon besser fuck 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 da nicht boah alter mädel erschreckt mich doch nicht so berücksicht erst mal genau immer schön hinlegen erstmal ne erstmal herz ausruhen lassen das kriegst du noch herz kasper das war klar was was wurde nein ich komme teleportieren hier ach leck mich doch am arsch noch 40 prozent leben gerade 40 prozent leben gehabt hier ist das mit dem ding was denn wo denn hilfe ich habe nichts gesehen ich gehe ja schon ich gehe ja schon oh lol warum ist eine lavatextur die machte überhaupt keinen sind wir haben nicht gespeichert dank grafie obwohl haben wir wenigstens noch 100 prozent leben aber das kann ich auch nicht schaffen dann was wir gehen das kann ich ja als ich habe ja auch ne ich habe viele fronten mit einmal getroffen sehr schön neben jemand anderes das hat einen geiler hat jemand anriff ihn abgelenkt ja aber ich würde dich fertig dass alle die arbeit und gemein der geld ist sowas von arschgeil da ist das geil ja so bitte jeder also wird irgendjemand also mega worts kennt wo hauptsitzende solche maps hier drin sind immer gerne her damit die map ist ja mal sowas von arschgeil oh jetzt bin ich runtergefallen aber ich glaube hier sollte ich definitiv nicht hin nein also ich gehe mal davon aus springen und kriechen ist hier definitiv nicht wobei stimmt doch gar nicht eben eternal also eternal doom ist doch noch aus der vanilladoom zeit das map pack ist doch mittlerweile extrem alt ist auch vanilladoom kompatibel also kann hier gar nicht springen und kriechen sinnvoll sein ähm ich nehme ich mal mit dich auch äh sonst nichts ist das hier nur secret da kann ich durchschießen ist auch halbtransparent alter diese gesamte map erinnert mich extrem an hexen aber sowas von gut die frage so geht es weiter ach ja halt und bei dem wasserfall da ähm genau da ne andere seite warum ist das immer bei dem runtergehen so eine lavatexte das macht überhaupt keinen sinn hab ich schon mal gesagt ne ja das kommt halt her Ja! Boah! Ähm, ok. Eh? Ah! Höhöh. Jetzt bin ich ja wieder hier. Boah, Leute. Was muss ich denn machen? Ich muss doch irgendwie an den Kiran kommen. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen oder was? Oder bin ich blöd oder was? Oder alles oder was? Ich kriege noch ne Krise. Ich kriege noch ne Macke. Da geht's rein. Und da waren noch die Kakodiener. Die sich dann heraus teleportiert haben. Die Frage ist, was muss ich jetzt hier machen? Ein bisschen von Schalter oder sowas? Den ich getrost innoviert habe. Oder viel mehr übersehen habe. Nö. Hier muss der Unfass. Ja. Ich bin der Winkel. Wie ist das? Dass du da. Du bist da. Da oben muss ich hin wahrscheinlich. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ähm. Ah, das ist eine Geheimtreppe. Ja, lol ey. Das ist eine Geheimtreppe. So, jetzt mal Abschützung. Tada. Ach, lol. Ah. Sieht doch schon besser aus. Alter Schwede. Und wir haben gerade mal ein Drittel der gesamten Map geschafft. Also von der Monsteranzahl jetzt her. Ne, hier ist gelb, rot ist da. Da. So, halt erstmal ein bisschen aufladen hier. Ähm, die sind vorne. Danke. Wow. Äh, komme ich wieder mal wieder raus? Ja, komme ich. Okay, sehr schön. So, jetzt kommt der Pinky weg. Ja, komm, schieß, danke. Dein Dumpmesser. Danke. Boah, alter edit. ist ich meine die map dauert jetzt ewig lange ja das muss man schon mal dazu sagen ich meine jetzt schon eine halbe stunde hier hallo und haben gerade mal ein drittel geschafft wie gesagt so ungefähr aber ganz ehrlich für solche maps nehme ich mir halt echt gerne zeit und jetzt kommt am ende vom cyber die man ist aber immer so ne erst durch mit so denn mit einem art und wenn die kacke aber ich bin ganz zuversichtlich dass die map hier sich anbieten hält was so das rei teleportieren angeht aber das kaputte fenster dann muss ich mal alle hier okay Ein Secret. Oder komme ich da regulär rein? Weil Secret gibt es ja keine mehr, offiziell. Oh, das ist auch noch eine blaue Kugel. Das geht hier wohl doch noch ein bisschen mehr zur Sache. Hä, was war das gerade? Hä? Hä? Momentchen mal. Hä? Ja, komm. Hä, ich geh wieder runter. Lol. Ja, komm, halt dich. Warum geht sie wieder runter? Hat das irgendwas zu bedeuten? Das ist einfach nur ein Map-Fehler. Okay. Na gut. Warum auch immer das da runter geht? Ich habe keine Ahnung. Weil hier auch der Impel liegt schon viel in der Vertiefung. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alles noch eine. Was ist der Faktivok hier? Die macht mich ein bisschen nervös. Muss ich da schon früh gehen, ne? Oh nein. Ein Archtron. Oder Arch... Archatron? Architron? Archalalala? Arachnotron. Was ist ein Name? Was kommst du denn jetzt her, Mädel? Hä? Was soll ich gerade verarschen? Ich hab hier doch gerade einen Arch... Hallo? Da! Genau da, wo das Gitter war. Äh, jetzt kommt sie wieder. Achso, okay. Truppt sie mich? Nein, truppt sie nicht. Cool. Was? Seit wann hat sie heute Klass-Mach-Flecht-Damage? Äh, Flecht-Damage. Flecht-Damage. Welche Temperatur oder was? Was ist denn da los? Das war's? Okay. Ja, schon. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Wo? Oh! Alleluia! Wow! Mist, ich bin nicht weggegangen. Bisschenweise nicht zu spät weggegangen, aber... Ich hab die Treppe vergessen mit einzuberechnen, weil die Treppe verlangsamt mich ja beim Beschleunigen. Logischerweise. Von daher bin ich zu spät ausgeglichen. Alter! Uah! Ja, Alter, Mann! Ja, gut, jetzt! Oh, oh! So viele Gegner mit einmal! Digga, was ist hier los? What the fuck? Ich muss hier raus. Tschüss! Ich bin mal kurz etwas länger, Tokio. Hallo? Kommt da wer? Ja, da kommt die. Da kommen sie schon! Meine Lieben, ach Gott, die kommen hier! Alter! Lol! Wie soll ich das noch machen? Alter, ich geh noch von allen Seiten! Bin die weg! Oh, Alter! Hm, nein! Hallo? Kannst du sterben hier? Boah, was? Der, wo kann man? Warum ist von hier? Alter, Alter! Hä, 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 hä! Äh, 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 ich trau niemanden mehr! Ach so, weil es hier alles eines dasselbe war! Ja, das war die Zeit intelligent! Uah! Nein, guck! Mann, ja, ja, gut, jetzt! Ah! Uah! Komm her, Trap an, Mädels! So, mach ich dir alle von hier fällig, hallo? Kannst du mir bitte aufhören, dein zu schießen, wo ich stehe? Uah! Hätte ich auch noch rumschießen müssen, dann schießt du anders hin gefälligst! Wow, wir haben die Hälfte aller Gegner, wow! Ich glaube, ich sollte an der Stelle mal einen Break machen. Ja, mach ich dann ein bisschen auch. Okay, gut, wisst ihr was? Hier an der Stelle, gut, ich mach nochmal den einen. Die mach ich nochmal weg, so. Bam! Und an der Stelle mach ich jetzt einen Break, weil, die Aufnahme gibt's schon mindestens eine halbe, das würde sogar noch gehen, ganz ehrlich. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Und, guck mal, da oben, hier ist noch alles frei. Das heißt, es kann durchaus noch eine ganze Menge werden, was da kommt. Gut, von daher, ähm, ja, ist das mal eine schöne Map, von daher, wenn wir uns immer ein bisschen aufheben. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen länger Spaß dran. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, wie viele Maps drin waren, die mir die echte Nerv geraubt haben. Deswegen also von solchen Maps können, kann es echt mehr geben. Oder könnte ich es möchten. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, in dem Sinne, ähm, ja, ne, würde ich mal sagen, schau mit V und dann sieht man sich zur Fortsetzung dann in zwei Tagen wieder. Bzw. die, die halt die ganzen anderen Sachen auch noch gucken, dann halt zu den anderen Sachen, ne, läuft ein bisschen was hier derzeit. Ähm, ich schätze mal die Aufnahme, geht tatsächlich schon ein bisschen sehr lang. Halbe Stunde, kann ich dir fast nicht vorstellen. Ja, siehst du, dreiviertelstunde, lache ich doch. Deswegen, und die, wir haben gerade mal die Hälfte der Gegner, wird also noch ein bisschen was dauern. Tschüss. hier imsten, wie eine Fortsetzung ist, wie eine Fortsetzung, Vielen Dank.